Ja, ich seh am coolsten aus als die alle. Ja, auf jeden Fall. Cool Gangster. Wow, wow, wow. Ich sterbe als erstes. Ja, wahrscheinlich. Sind immer so, die auch... Wahrscheinlich genau auf die Geke zu. Die kommen ja immer von hier. Ja, dann sind sie schon am rum. Unter! Hallo! Warum fällt der nicht down, ey? Arschgeige. Boah, voll in die Fresse geschossen direkt, aber trotzdem nicht umgefallen. Ja, die wollen nicht. Oh, hier. Oh! Alle hier. Reinpissen. Und hinter mir! Ja, ich hab einen. Aber einen hab ich auch trotzdem nicht. Scheiße. Boah, da wurde gerade einer weggetreten, aber... Ich muss meine Gefühle unter Kontrolle halten. Oh, ja, da unten auch. Scheiße, ich konnte den nicht mehr treffen. Der ist außer schussfrei schon weiter. Bei denen hab ich. Oh, da ist auch noch einer. Oh, da sind sogar ganz schön viele. Ergeber aus der Schussball, ich seh nix. Oh, die Granate. Alter! Oh! Wollt er wegklettern? Haha, hab ich dich erschossen, du Penner. Du elender Pussy. Klettert er da auf dem Boden wie so ein Baby. Versuch mal, die Flasche dort hinten zu treffen. Geht doch. Spiel hier nicht rum! Ich hab keine Waffen mehr, außer eine Pistole. Jawohl, hau ihn rum! Oh, Mann. So doof. Ich weiß nicht mehr, woher... Ach, da. Wer will dir schon helfen? Ich glaub, wie der einen Kill macht da? Ich hab ihn gerettet. Arschloch. Oh, nein, nicht so einer. Nein, 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 verpiss dich. Nein! Oh, Mann, weil ich nachladen musste, ich Arschloch. Oh, Mann, ey. Du hast genau geschrien, wo dieser Typ mich gepackt hat. Und ich hab mich voll erschrocken, Alter. Voll erschrocken, aber das hab ich immer noch drauf. Darum kam mein Schrei gerade so schön. Oh, Mann. Der Geist des Shins ist so geil. Der bringt zwar nicht so viel, aber ich find den Effekt so cool. Oh, bringt doch was. Boah, geil. Kopfschuss. Kampfunfähig. Ach, ich hasse diese Granaten. Ich find wieder meine Mine. Genau. Die sind cooler. Ich brauch mit den Granaten irgendwie keinen down. Ich weiß nicht, wie ich die Herausforderung packen soll. Ich auch nicht. Yeah, let's roll. Oh, fuck you, ey. Ja, da kannst du parken, hä? Das Geister. Du bist doch drauf. Es ist Liga. Ich soll fusten. Du bist schnell zu Boden gegangen. So, einen hab ich. Oh. Der ist auch gewöhnungsbedürftig, aber cool. Oh, von hinten wieder. Was, Kacke? Ich hab vergessen, dass man nicht so oft an einer Stelle bleiben darf. Komm hierher, komm hierher. Das ist eine Mine. Komm. Kill mich hier. Oh, Mann. Ja, was? Hm. Es reicht jetzt. Komm her. Ich hab die Deckung bekommen. Ich hab irgendwie mit nem... Beim Runterspringen hab ich mich mit nem Seil angehakt und... Jo. War halb. Gell. Wie man das Seil wieder loskriegt und so. Ja, so hundert... Boah. Boah, und von der Seil auch noch, ey. Ich hab mal Vorlage bekommen. Okay. Oh, da hinten ist noch einer. Der rettet ihn. Hier, hier kommt was. Merkbar, wenn ihr euch wehrt. Boah, was? Okay, bin ich dran. Ich rette dich. Bin ich tot, ich bin nicht tot. Ich bin nur von der Granate umgeworfen worden. Ich meine auch den anderen. Achso. So, du willst mich nicht retten? Okay. Nein. Ey, Gunther! Ja, aber wir kamen unfähig. Ich weiß nicht, warum ich den Gunther nenne. Also, guck mal an den Armen her. Oh, flucht der fucking Eldorado-Scheiße. Autsch. Ey, Gunther. Oh, das ist ja rumgefallen, bevor ich ihn töten konnte. Lol. Voll abgekackt hier. Fuck, rumgedreht. Ach, ey. Hier ist einer von uns. Wo seid ihr denn alle? Yeah. Bin ja so alleine. Da bin ich. Hab auf dich geschossen aus Versehen. Sorry. Mein Fehler. Oh, fuck. Ah. Ach, hinter mir. Kleiner Flitzer. Du hast nur meine Luft verbraucht. Jawohl, danke schön. Schön, Junge. Ja, zusammengeflickt. Wo baue ich denn die Scharfschützenhalte hin? Da oben, ne? Da oben, ne? Was werden? Ich frage mir die Pest. Oh, es riechen. Jawohl, der Scharfschützenhalte. Ich steh' noch. Oh, schön. Kampfumfähig hat sie ihn sogar gemacht. Ah, fahr dich gut, ey. Wir sind quasi gleich auf. Jetzt hab ich mir nicht gekauft. Ah, ne, ich hab gar nicht genug Geld. Toll. Hm, hm. Aber warum funktioniert das nicht? Fang! Hattenbonus. HattenKO. Wirklich? Oh! Ist nicht dein Ernst, oder? Du kleiner Penner. Ach, ich nehme niemandem übel, der vor mir wegrennt. Pass auf, der hängt wieder an der Klippe mit der Pistole. Hm. Dankeschön. Schön. Boah, was denn? Durch der Deckung tue ich hier. Hallo? Oh, ich komm, ich versuch. Ich verblute. Pass auf, der ist da sind... Ach, ich bin dauernd beim Runterspringen. Hat er mich dauernd geschossen? Nee, ich wollte noch schnell hinter die Deckung flitzen. Wollen wir sterben zusammen? Ja. Du bist zuerst. Wie war das Motto von Battleborn? Gemeinsam kämpfen oder einsam sterben. Naja, wir sind ja nicht einsam. Genau, wir haben gemeinsam gekämpft und sind gemeinsam gestorben, meine ich. Ja, ja, einsam. Naja, du bist ja vor mir verreckt, also bin ich doch einsam. Ah, den Penner Gunter, alter. Der Gunter. Nicht ab, ey. Aufschlussendangriff, ja, war die Vorlage. Oh, jetzt haben sie den Schafschützen dauernd. Das ist ein enges Match. Verdammte Kacke. Ja, das stimmt. Puh. Oh, ja, Helfer. Oh, den hassen. Arschloch Helfer, ja. Oh, du bist raus. Ah, kleine Pissnäcke, du bist Arschloch. Du. Ich hab dich nicht. Du auch. Pick dich mit deiner Granate. Gunter, rette mich. Rette dich, rette dich. Dankeschön. Dankeschön. Wo willst du ein Kriechen? Komm mal her. Du. Oh, verdammt, ey. Noch ein. Ich hab' noch einen Daumen bekommen, aber ja, wollte ich nicht nachsau. Schön. Ich weiß nicht mehr, was ich mir noch kaufen soll, ich hab' so viel Zeug. Überhaupt, das ist alles so teuer mittlerweile. Pass auf, da ist mal irgendwo ein. Da, da hinten mein Fenster. Ah, die, die MP, die geht mal richtig gut ab. Gut. Oh, Mann, was, was ist denn mit dem los? Jedes Mal dieser Pisser, ey. Der ist einfach schlaggeeischt. Dann gehst du hin und haust ihn direkt auf die Kasse und dann schießt er die Striebsin noch ab. Was ist los mit dem? Richtig eklig. Und da, ey. Walter, still, Ruhe. Oh, ich hab's runtergefallen. Ich hab's dir umgebracht. Jawohl, danke. Schön gemacht. Ja, von hinten, so wie die es immer machen. Oh, wir haben gleich gewonnen. Action. Action. Achte gar nicht drauf, so. Er schreibt es immer so ein bisschen im Auge, wenn's so knapp ist. Oh, hier. Ja. Komm her, du Pisser. Ey, klautern wir noch nicht. Ja. Yeah. Yeah. Puh. Sehr schön. Sind auch die Besten. Ja. Definitiv, ey. Oh, so muss das sein. Ja. Ganz oben. Ich bin doch abgegangen hier. Abgehen. Das ist ja. Und das ist ja. 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 Vielen Dank.